Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Let's Play ARK. Das müsste jetzt Part 4 sein. Und ja, wir waren in der letzten Folge stehen geblieben und mal sehen, wo der Aron ist. Ich suche den gerade mal. Äh, hallo? Aron? Hallo? Ja Mensch, wo ist er denn? Ach, da ist er ja. Oh Mensch, hallo. Oh, von den Arschkauen. Hallo? Hallo? Ich wollte hier gerade Sachen machen. Sachen machen? Okay, wir wollten ja zu diesem hellen Ding da. Ich würde sagen, los geht's, ne? Genau. Hier sind ja beide gestorben. Deswegen haben wir jetzt einen neuen Spawnpoint bekommen. Genau, ich hoffe, das klappt jetzt hier alles. Das war der hier. Direkt an diesem Teil. Werden wir sterben oder nicht, geht es in dieser Folge. Und zwar genau jetzt. Oh. Oh, nice. Oh, Versorgungskiste. In der Taftung. In der Taftung. Alles nehmen. Boah. Dein. Okay. Was haben wir denn bekommen? Ja, stell dir mal vor, was wir bekommen haben. Ich habe das ja gerade nicht eingesammelt. Stimmt. Ich mache mir gerade meine Axt. Eigentlich wäre es schlau gewesen, wenn du es eingesammelt hättest. Ja. Hättest du jetzt zeigen können. Naja. Egal. Ich habe irgendwie nichts bekommen. Lass uns einfach unsere Hütte hier oben drauf bauen, oder? Stoffhemd, Stoffhose? Das hatte ich alles schon. Nice. Geh mir die mal. Den ziehe ich jetzt an. Okay, du bist ja der Jäger. Das heißt, du brauchst sowieso die Stoffsachen. Natürlich. Alles klar. Gut, dann lass uns hier unsere neue Dinge drauf bauen. Unsere neue Überlebens... Basis, oder? Überlebensbasis. Weiß ich gut an. Fuck, voll explodiert. Warte mal, wir können theoretisch... Da hinten ist ja noch so ein Ding. Wollen wir auch mal hingehen? Wo? Na, da hinten ist noch so ein... Wo bist du überhaupt? Ich sehe dich gar nicht. Auf den Berg drauf. Ach so, da hinten. Alles klar. Da ist noch so ein Teil. Wollen wir auch mal hingehen? Das ist jetzt noch ein bisschen größer. Oh, da ganz hinten? Ja. Ein bisschen weit weg, oder? Hä? Geht doch. Ja? Oder? Also mir ist ja... Keine Ahnung. Ja, okay, dann... Erkunden wir die Welt einfach erstmal. Ja, dann können wir uns ja vielleicht einen schönen Platz zum Bauern suchen. Guck mal runter, was da kommt. Kommt der hier hoch? Ich glaube, der frisst da. Oh nein, nicht schon wieder. Ich will mal kurz gucken, wer das ist. Oh, ist das hier von den Dinos? Der Papa-Dino? Wie hieß der denn nochmal? Ich weiß, wen ich meine, ne? Die sind langen Hals? Ja. Nein, nicht die langen Hals. Die Dinos, die Serie. Ja, mit, äh... Nicht die Mama und sowas. Diesem blöden Baby. Ja, ich glaube, ich weiß... Aber ich hab's nie geguckt. Oh. Die einzige Sache, die ich geguckt hab, ist halt so Littlefoot, ne? Ja, okay, das ist auch Klassiker. Aber die Dinos, ey, hast du, hast du verpasst? Ja, ich hatte schon ein bisschen... Nicht die Mama und, äh... Mann, als ob ich schon wieder angegriffen werde! Oh, was ist das denn? Sag doch was! Terror-Bird. Jetzt geht's hier auf den Sack. Ah, okay, top. Mann, das... Terror-Bird. Pass auf, wir müssen... Terror-Bird. Ich lenke sich solche Namen aus. Mann, wir müssen uns jetzt echt am Strand aufbauen. Als ob die wirklich so heißen. So. Wer ist neu gespawnt? Du auch? Ja, ich bin ja... Ich spoil ja immer in der Nähe von dir. Ich kann ja nur 200 Meter von dir weglaufen. Achso, ja, stimmt sogar. Nice. Hier ist noch ein guter Platz eigentlich, oder? Lass mal da hinten auf die Insel gehen. Nein, die ist viel zu weit weg. Aber hier kann nicht viel passieren, ne? Okay. Das ist geil. Au. Der ist nur bewusstlos, der lebt noch. Oh nein, da hinten ist der große Dino wieder. Ja, lass echt mal auf die Insel da gehen. Ja, meins, das sind keine Dinos, oder was? Hier sind überall welche. Überall. Oh, in dem Wasser sind, glaube ich, so Monster. Da ist ein Haie und alles. Loch Ness. Gucken. Nessie, meine ich. Ja, was soll ich jetzt machen? Lass uns mal hier lang gehen. Also, da müssen wir mal gucken, dass wir jetzt einen Ort finden, wo halt auch wirklich Rohstoffe sind, die wir halt noch benutzen können. Ja, hier. Bäume, Steine. Ja, aber willst du hier dein Haus hinbauen? Ja, warum nicht? Ist doch geschützt vor allem. Hier ist Wasser. Ja, ich würde schon an die Küste bauen, aber nicht genau hier, weil hier ist es mir nicht ganz so geheuer. Warum nicht? Zu viel Terrorbirds. Die laufen da jeder Ecke. Komm her, wir gehen. Ich kann nicht drauf vorbereiten oder sowas. Wir gehen ja ein Stückchen weiter, okay. Genau für diese Dodos. Auch überall. Da oben backt eine Schildkröte in der Luft. Wo? Hier, bei mir. Warte. Jetzt hat sie sich aufgelöst. Nice. Okay. Ja, was ist jetzt der Plan? Du bist doch hier der Profi in Ark. Ja, ich würde erst mal sagen, wir suchen uns jetzt einen Ort, wo es halt so ein bisschen safe ist. Und das heißt für dich? Ja, so, wo es halt viele Rohstoffe gibt, aber nicht so viele dumme Dinos. Man, wir sind jetzt schon Level 5 und wir verrecken immer noch an Level 1 Dinos. Das ist halt echt peinlich. Oh, guck mal hier. Der sieht irgendwie ganz schön witzig aus, oder? So, langer Halt und so. Du bist denn Kai, bleib stehen. Was denn? Komm mal zurück. Ich hab den gesehen. Ja, nee, komm mal zurück. Willst du den jetzt schlagen? Nee, aber, warte, ich stell mich hier und du machst ein Foto, ja? Okay, kannst du es machen. Wie mach ich denn noch? Ja, Foto. Wie mach ich denn ein Foto? Lächeln. Wie mach ich denn ein Foto? Weiß ich nicht. Foto, halt. Ich schneide es einfach aus dem Video raus. Äh, F12. Oder so. F12. Okay, warte. Ich stell mich jetzt auf die andere Seite. So. Lächeln. Was ist denn? Auf F12 ändere ich nur die... Warte mal. So, nochmal. Bewegt doch nicht so viel. Äh, Und was ist gerade mit der Aufnahme passiert? Ich hoffe, die Aufnahme hat sich nicht abgebrochen. Nee. Hast du das Foto gemacht? Ja, ich hab's jetzt fotografiert. Ja? Ja. Nice, danke. Jetzt können wir weitergehen. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht abgebrochen. Nee. Der scheiß Vogel hat gerade hier hingeschissen, wo ich ihn geboxt hab. Geht ja gar nicht. Na, wann hier denn eigentlich? Ach, der sieht witzig aus. Ist das eine Robbe? Nee. Was denn? Hallo, kleiner Freund. Boxt ihn. Nein, warum? Der läuft ja durch die Gegend und der freut sich einfach nur, dass er ja am Strand ist und so. Im Wasser ist. Und surfen kann. Mit seinem Panzer hinten. Ne? Oh. Jetzt wird er wütend. Nee, der läuft irgendwie weg, aber voll schnell. Ja, der Beat Boost hat der. Oder der hackt. Ich glaub, der hackt. aus dem man das rausholen kann. Okay, komm, wir lassen uns jetzt echt weitergehen. Ja gut. Dann lauf vor, ich bin halt hinter dir. Wir müssen halt unterwegs noch ein bisschen Holz hangen. Hey. Hey, warum hast du mich geboxt? Weil du mich geboxt hast. Ich hab den Baum gehauen. Nee, nee. Der ist wieder, war explodiert, der Baum. Komische Spiel. Wollen wir hier hinbauen, unser Haus? Ach so, hier einfach mittendrin, wo von jeder Seite irgendwie alles kommen kann. Ja, das ist irgendwie mal richtig kacke. Das ist halt jetzt richtig. Und alles. Lass uns doch einfach hier in dieser, in diesem Loch einfach bauen. Ja, das ist doch ganz schön. Ja. Dann fangen wir an. Ist ja jetzt echt nur das darüber gehen, aber. Gut, dann lass uns erstmal jetzt sammeln, dass wir erstmal das Grund von einem bauen können. Das brauchen wir alles dafür nochmal. Ganz viel Stroh und Fasern. Ach ja. Fasern bekommt man aus dem Boden, ne? Aus diesem Buschen, ja. Okay. Ich glaub, wir bauen hier doch nicht. Warum nicht? Ich hab's mir anders überlegt. Wieso? Ach, nur so. Hast du da schon wieder irgendwie ein Dino gesehen? Nee, das jetzt nicht direkt, aber. Was denn? Es gibt halt schöne Recken, ne? Bei mir leckt's grad voll. Hä, was denn für schöne Recken? Ja, ich glaub, wie Sensor gibt's halt schöne Recken, oder? Ja, klar, aber. Hä, was? Vielleicht was gekappt. Weiß ich nicht, aber. Hier, ich find links hier sieht's eigentlich ganz schön aus. Hä? Oh, Mann. Die hat sich da einfach tat in den Bäumen. Ja, ich hab da gar nicht gesehen. Ja, gut, dann lass mal lieber ein bisschen weiter gehen. Lass mal weiter gehen. Oh, hier ist Daniel. Ja, Daniel. Das ist Daniels Cousin. Das ist Daniel. Okay, lass uns da hinten. Da sieht's ganz cool aus eigentlich. Da haben wir unsere frühere Hütte. Ja, lass uns einfach da bauen und dann müssen wir halt gucken, dass wir uns gegen diese Dinos absichern. Ja, wie denn? Ja, wie denn? Die sind überall. Ja, aber wir können ja die einfach besiegen. Wir sind ja, werden ja immer stärker. Ja. Immer stärker. Merk ich doch nichts von. Ah, hier ist ja sogar unser Alter. Ja, dann lass uns einfach hier bauen, Mann. Ja, sag ich doch. Hier war es echt ganz schnieke. Ja. Bis dann der große Dino kam. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir das ganz erstmal hier alles reparieren. Das kannst du auch machen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht. Du bist ja hier der Handwerker, ne? Und weißt ja auch, wie es geht. Oh. Das Geräusch macht mir Angst. Hörst du das auch? Diese bedrohliche Musik? Ja. Okay, pass auf. Lass uns erstmal jetzt einsammeln alles. Bin ich hier schon am sammeln. Ich hab schon elf Fasern wieder. Soll ich die, brauchst du da irgendwie einen Spitzhack oder so? Dann kann ich die gar nicht mehr machen. Ich sammle einfach nur noch. Die ganze Zeit. Ja, dann mach ich jetzt halt noch einen Spitzhack fertig. Dann können wir das nämlich dann verwenden. Eine Axt wäre, glaube ich, besser, oder? Ja, dann mach ich dir gleich eine Axt. Warte. Erstmal bohre ich hier die dritte Wand auf. Gut. Dann mach ich dir jetzt eine Axt fertig. Warte mal. Ähm, wie macht man die denn? Hast du das schon gelernt? Feuerstein, Holz und Stroh. Ja, ich kann das alles schon. Ui. Du nicht, oder was? Nee. Ich glaube, eine Axt kann ich auch nicht bauen. Ich stecke auch gerade im Baum fest. Ich glaube, das hast du die anderen Sachen gepickt. Kannst du mir mal helfen? Ich stecke im Baum fest. Hilfe. Du musst halt aufpassen, dass du die Dinos nicht schlägst. Die sind zwar friedlich, aber irgendwann... Ja, aber ich komme nicht mehr raus. Ich stecke hier fest. Ja. Du bist nur bewusstlos. Trotzdem. Hab ich Leben verloren. Ja, aber ich musste ja irgendwie den Baum weghauen. Ja, hätte auch nicht anders funktioniert, ne? Nein. Erst mich bewusstlos boxen, dann den Baum wegmachen. Hä? Ich hab erst den Baum gehauen. Hast du nicht? Klar. Der ist ja später umgekippt. Ich brauche noch ein Holz. Hallo. Ich stehe jetzt mal auf hier wieder. Achso. Mir ist heiß. So, jetzt kann ich eine Spitzsacke machen. Ey. Hör auf, wenn ich... Mann! Du steckst dich. Das aussieht. Warte. Da gibt's... Da kommt jetzt ein Screenshot von. Oder? Das war nochmal ein Screenshot. Ich hab keine Ahnung. F12 dachte ich. Ja, F12 kann ich bei mir bei der Aufnahme irgendwas ändern. Hm. Egal. Egal. Boah, ich bin dann aufgewacht und das erste, was ich sehe, ist ein hässliche Fresse. Ich hatte... Das ist ein... Hallo. Ich hab jetzt nicht mehr viel Leben. Jetzt lass mich nicht hauen. Warte, ich mach jetzt mal die Spitzsacke fertig. Ich hab auch nicht mehr viel Leben. Aber ich kann euch schon ein paar Fasern geben, wenn du möchtest. Ja, ich mach... Warte, ich bau dir grad mal kurz ein bisschen Feuerstein ab. Hier. Hier in 40 Fasern. Wenn das nix ist... So, hier ist deine Axt. Die kommt gerade. Ja. Ich warte. 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 Siehst du, wo ich die hinschmeiße? Nee. Ähm. Da. Ah, ja. Ach so, du hast die Fasern hier hingeschmissen. Liegt alles hier. Alles auf dem Boden. Perfekt. Dann fahren wir am besten mal richtig viel Holz und so. Ja. Und auch immer schön... Zu lange die Achse hält, ne? Irgendwann mach ich direkt ne neue, wenn die fertig ist. Und wir müssen noch schön Fleisch sammeln. Ja. Das kommt später. Boah, man kriegt, wenn man mit der Spitzsacke auf das Ding haut, über drei Rohs Fleisch. Ah, wer ist das Ding? Noch so ein Dodo. So. Du verhungerst. Ich finde schnell etwas zu essen. Wir brauchen noch ein neues Lagerfeuer. Ja, genau. Wollte ich gerade fragen, wo ist unser Lagerfeuer? Gibt es das noch? Ja, hier steht es sogar. Okay, Inventar öffnen. Holzkohle. Verrotetes Fleisch. Gut, dann packe ich mal da unser richtiges Fleisch rein. Und, ähm... Wie mach ich denn den Grill an? Den Grill? Stufe 4, ne? Wie, Stufe 4? Ja, Grill Stufe 4 anstellen. Ach so. Mit doppelter Flamme. Ja, wie mach ich den jetzt an? Ja, dann musst du schon Holz drauflegen. Ja, ich hab... Ist da Holzgröder drin? Müsste doch auch gehen, oder nicht? Nee. Glaub nicht. Ach so, ich brauch echt Holz. Normales Holz. Hast du noch mehr Holz? Ja, ich hacke schon die ganze Zeit. Ich habe... 113 Holz. Okay, bring mal was her, dass wir das Fleisch hier machen können. So, warte. Okay, wir brauchen Holz für den Grillen und wir brauchen Holz für... Ähm... Unsere Bude. Viel Holz für die Bude? Ganz viel. Das heißt? So in Zahlen? Ja, bring jetzt mal... Alles, was du hast. Okay. Wo ist meine Hose? Wo ist keine? Doch, ich hab gerade angezogen. Verdorbenes Fleisch. Hä? Kommen wir zu dir. Ich bin aber... Überladen. Und extrem langsam. Also wirklich richtig langsam. Ja, dann gib mir doch die Hälfte. Oh, ich muss das mal trinken. Bin gleich da. Dauert nicht mehr lange. Ich bin am Verhungern und am Verdursten. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ah, passiert nicht. So. Du, was hab ich nicht mehr? Geh einfach zum Haus und schmeiß das rein. Bist du ans Meer gegangen? Hast du daraus getrunken oder was? Ja. Muss einfach reingehen. Oh, das ist ja praktisch. Ich hab mir gerade irgendwie die Knochen gebrochen. Beim Trinken oder was? Ich weiß es nicht. Boah, du schleifst richtig. Ja, ich hab auch ziemlich viel Holz hier. Ja, guck her. Auf dem Brücken. Gib her. So. Gut, perfekt. Kannst du alles nehmen. Schmeiß ich einfach mal hier rein. Okay, 66 Holz. Ja, jawohl. Nice. Gut, brauchst du noch irgendwie eine Spitzhacke oder so? Eine Axt? Ja, ich brauch alles nochmal. Moment, Spitzhacke kommt und Axt kommt auch. Und ich mach da immer nochmal eine... Okay, warte. Ähm, Inventar. Hast du echt 64 Holz reingeschmissen? Hm, hell ja. So viel. Hier komm ich nochmal ins Inventar. Achso. Boah, wann ist das mal fertig? Ich hab Hunger. Ich glaub die Holzkohle muss da raus. Das Fleisch generell nicht fertig. Hm. Ich glaub ich ja ziemlich lange. Okay, eins ist fertig. Ich nehm mir mal eins, weil ich für mich grad am Fahrrad in bin. Achso. Okay, jetzt das nächste kannst du. Bei mir geht's jetzt wieder hoch. Wir müssen dann richtig viel so Tiere töten. Und dann so lange draufhauen, bist du halt wirklich dich auflösen. Ja. So wie, äh, wir schon immer gemacht haben, oder? Ja, kann man so sagen. Achso, wir wollten ja noch Truhen craften. Genau. Ich trink erst mal was aus dem Meer. Gut, unser Haus ist... Wo du bestimmt schon reingepinkelt hast. Nee, ich hab mir da so meine Schuhe gebrochen. Wo ich dich kenne. Gut, dass ich grad durch die Tür gegangen bin. Und eine Seite ist einfach so ein Loch drin. Ähm, herstellbares. Bauplan Lederschlaf. Ach, Bauplan Kiste. Für ne Kiste brauchen wir 20 Stroh. Ich hab 5. Lass uns erstmal ne Kiste auf jeden Fall bauen. Geht da auch noch ein bisschen Stroh in meinem Inventar? Nee, doch nicht. Hab ich dir alles schon gegeben. Okay, dann... Erstmal ruhig weiter. Warum ist da Holzkohle drin? Ja, aus Holz, wenn das verbrennt, wird da Holzkohle. Ja, aber... Was kann ich damit anfangen? Das ist die Frage. Weiß ich nicht. Essen. Oder so. Komm mal her, lass uns mal diesen Dino hier töten. Ich tu mir grad ein bisschen Stein ran. Okay, ich sag mir auch mal ein bisschen Stroh, dass wir uns die Küste machen können. Mach das. Okay, ich hab ein Level Up. Perfekt. Was soll ich craften? Lachen fürs Haus, Lachen zum Angreif. Ja, irgendwie sowas. Okay, wo ist denn die Kiste jetzt so? Nice, 3 Stroh fehlen mir noch. Klasse. Hast du grad einen Stein kaputt gemacht? Ja, zwei Stück. Ich hab jetzt grad hier voll um die Ohren geflogen. Okay, aber das war's jetzt mal mit der Folge von heute. Ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.